Ist dieses Bild KI generiert? Es schaut mir zu perfekt aus irgendwie. Die Struktur vom Fell, die Unschärfe hinten. Welches ist das größte Bundesland in Österreich? Flächenmäßig? Ähm, Niederösterreich? Das größte Bundesland in Österreich ist die Steiermark. Round 2 Wer in einem Wiener Kaffeehaus einen Einspänner bestellt bekommt? Boah, hat sich im Falschen ausgesucht für die Frage. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher beim Einspänner. Ich trinke immer einen Americano. Ein Einspänner ist ein Getränk aus starkem Espresso mit Schlagsahne. Manchmal mit einem Schuss Rum. Glasiert in einem kleinen Glas. Das war's. Final Round Ist dieses Bild KI generiert? Es schaut mir zu perfekt aus irgendwie. Die Struktur vom Fell, die Unschärfe hinten, das Bauchfell und so weiter. Also ich würde sagen, das ist ein KI generiertes Bild. Also ich würde sagen, das ist ein KI generiertes Bild.